Gemeinsam Verantwortung übernehmen. Gemeinsam Zukunft schaffen. Together we do. Wenn ihr Lust habt, und das hoffe ich natürlich sehr, dann bleibt auch einfach die nächste halbe Stunde dran. Wir haben nicht nur tolle Informationen, sondern auch großartige Experten. Nachhaltig ist auch kein abstrakter Begriff mehr, sondern der ist eigentlich in allen Bereichen unseres täglichen Lebens angekommen. Und es gibt auch etwas zu gewinnen. Seht ihr diesen süßen Kolibri? Der flattert heute noch mehrmals durch unsere wunderschöne We Do Welt. Ihr zählt einfach mit, wie oft ihr das tut. Und die Zahl schickt ihr uns in den Chat mit eurem echten Namen. Die schnellsten drei gewinnen wunderbare We Do Produktkörbe. Zusätzlich dazu sind unsere Plastikflaschen 100%ig recycelbar. So garantieren wir, dass sie dann wieder nach Gebrauch zurück in die Kreislaufwirtschaft gelangen. Ihr seht also, das alles trägt dazu bei, dass euer Haar gepflegt, geschmeidig und glänzend ist. Wir wissen jetzt schon eine ganze Menge über die Philosophie der We Do Produkte und ihren Formulierungen. Und da gibt es auch schon eine Frage im Chat, denn bis jetzt haben wir noch keine Produkte gesehen. Und zwar, welche Produkte hat We Do im Programm? Ja, ich persönlich sehe tolle Chancen für alle Salons. Zum Thema Kennenlernen für unsere bestehenden Salonpartner. Bitte da ganz vertrauensvoll an den Außendienstberater von uns wenden. Da bekommt man alle Informationen zur Marke und zu den Produkten. Also los geht's in Richtung Erfolg und in Richtung Zukunft. Together We Do! Und da gibt es auch schon ein paar Minuten, bis jetzt in Richtung Erfolg und in Richtung Erfolg und in Richtung Erfolg und in Richtung Erfolg und in Richtung Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020